Jo, Mahlzeitfreunde, gerade noch schön im Schrank eins gefunden, von dem gerade noch drei Stück reingekommen sind. Ein cooles Gentleman Knife, das Cobra von Scherwokow, massiv Carbon Griffschalen mit Titanen Liner drunter, Backspacer Clip, super schlankes leichtes Easy Messer, geschwungene Klinge ist gut zum schneiden. Interessanter Clip, ganz schön straff, verliert schon nicht. Detent soakt mächtig an. Sehr schöne Verarbeitung, sehr schöne Verarbeitung, Böller M390, sauber, geil, Scherwokow Cobra, die letzten drei Grad im Lager gefunden, unsere Freunde, nicht so lange warten, cooles kleines, gerede, zine.